Ich habe vorhin gesehen, da gehen die Hütchen nach links, rechts und dann schießen. Nein, erst nach rechts, dann nach links. Ich stehe schon am Hütchen. Nein, nein. Da hast du das aber genauso, meinst du? Ja, genau geraten. Genau, rechts von der Kappe. Da geht es nach rechts. Nein, nach rechts geht es nach vorne. Aber steil oder so? Nein. Aber jetzt musst du schon drücken. So. Die muss ich trippeln. Ich weiß es nicht mal. Muss ich so trippeln? Trippeln oder? Ich muss losdrücken. Ja, da ist es noch andere. Warte, ich gebe dir. Welches Team gewinnt, sozusagen, wer schneller ist, idealerweise sogar ein Tor trifft. Und auf die Plätze, fertig, los! Hey, der berührt ihn ja. Das ist gerade aufpassen. Ja, gerade. Der berührt ihn ja, Alter. Einmal berühren dürfte. Ja, ich kann doch nicht so steuern. Ohne Berühren bitte. Ja, so will ich gar nicht gewinnen. Ich bin ehrlich. Du bist ja auch nicht klar. Da ist ein Parcours, Coaching und nicht berühren. Oder berührst du und fällt auch deine Mitspieler. Aber du kannst doch am Anfang hier sagen, wo lang gehen soll. Also am Anfang sagen, wo das Hütchen ist. Nutzen wir gesagt, wieso? Na, ist schon fair. Ja. Disqualifiziert. Und gut. Ja, ja. Gerade, 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 gerade. Links, 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 links. Ja. Weiter links, weiter links, weiter links, weiter links. Weiter links, 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 links. Jetzt ist doch noch ein kleines Stück äußer. Nein, ja genau da. Ja, jetzt links, rüber, rüber, rüber. Jetzt gerade. Gib doch gerade. Pass. Hoist? Danke. 1-1, eh? Danke. Abbauen. Abbauen. Ne. Abbauen, hieb. Gnade. Verloren. Erste Runde disqualifiziert, Leitegang, genau verloren. Stopp. 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 Ja, perfekt. Stopp.